Ich möchte was zur Multibandbearbeitung sagen und das schauen wir uns jetzt mal so an, das machen wir ohne Soundbeispiele, aber dass ihr wisst, was das ist und wo man das mal ausprobieren kann. Multibandbearbeitung heißt, wir machen jetzt nicht das ganze Signal, so wie es ein Kompressor machen würde, so wie es ein EQ machen würde, so wie es eigentlich erstmal jeder Effekt machen würde. Er bearbeitet das gesamte Frequenzspektrum meines Signals. Wenn ich einen Kompressor auf meine Vocals mache, wird alles von 20 Hertz bis 20 Kilohertz, der ganze Hörbereich, alle Frequenzen werden dann bearbeitet von diesem Kompressor. Der unterscheidet nicht. Multibandbearbeitung heißt jetzt, dass ich meinen Frequenzbereich von einem Signal aufteile. Das können zwei Bänder sein, tiefe Frequenzen, hohe Frequenzen. Üblich ist bis zu vier Bändern zu verwenden. Also man kann auch, wenn man möchte, drei oder vier Bänder draus machen. Und dann könnte ich diese Bänder einzeln bearbeiten, einzeln komprimieren, einzeln Saturation, was auch immer ich da drin machen möchte. Das kann so aussehen. Ich habe jetzt mal den Neutron genommen, weil ich kann da die zwei typischsten Beispiele, glaube ich, für Multibandbearbeitung zeigen. Das wäre Kompression und Saturation, hier der Exciter. Und das hier wäre mein normaler Kompressor, wo ich den Threshold einstelle und dann hier Ratio Attack Release, ganz normaler Kompressor. Und jetzt könnte ich hier mehrere Bänder anlegen. Ich kann dann die Trennfrequenz zwischen diesen zwei Bändern auswählen. Sagen wir mal ein Kilohertz, genau die Mitte vom Frequenzbereich. Unser Hörspektrum 20 Hertz bis 20 Kilohertz verläuft ja logarithmisch in Frequenzverdopplungen, Oktaven jeweils. Deshalb ist die Mitte genau ein Kilohertz. Und jetzt könnte ich alle Frequenzen unterhalb ein Kilohertz, hätten jetzt einen eigenen Kompressor und alles oberhalb von einem Kilohertz, hätten jetzt auch einen eigenen Kompressor. Die haben ja hier zwei verschiedene Farben. Und ich kann die jetzt getrennt komprimieren. Da muss man natürlich aufpassen, dass das nicht komisch klingt. Wenn da unterschiedliche Bearbeitungen sehr extrem eingestellt stattfinden, klingt es irgendwann so, dass das Signal nicht mehr richtig zusammengehört. Da ist wie immer gut zuhören, richtig einstellen, einfach auch nicht übertreiben. Ja, und dann kann ich mir jetzt noch ein Band machen. So wäre es 3-Band und hier geht jetzt nur 3, aber in vielen Anwendungen gibt es auch dann 4 Bänder, aber 3 reicht normalerweise auch. Und dann könnte ich jetzt sagen, die Bässe komprimiere ich einzeln, da unten die Kickdrum und nur die tiefen Bassfrequenzen kriegen einen eigenen Kompressor. Das zum Beispiel kann schon mal sinnvoll sein, weil die Kickdrum ist oft das lauteste Element und der Bass in meinem Mix in modernen Musikrichtungen und dass die dann immer die Kompressionen für alles auslösen, das will man vielleicht auch mal gar nicht. Und gerade im Mastering zum Beispiel, wenn wir auf der Summe arbeiten, will man das oft bestimmt gar nicht. Und dann könnte man schon auf die Idee kommen, einen einzelnen Kompressor für den Bassbereich zu nehmen. Oder man sagt gerade, man mag den Soundeffekt, das kann auch passieren, wenn die Kickdrum alles ein bisschen wegdrückt und man will das absichtlich haben, dass der ganze Song so ein bisschen pumpt, weil immer wenn die Kickdrum kommt, wird alles ein bisschen runter komprimiert. Also, wie immer, je nachdem. Und dann würde man sagen, die Mitten so und oben die Höhen kriegen noch einen eigenen Kompressor, die haben eh viel weniger Schallenergie, da könnte man vielleicht den Threshold dann viel tiefer machen. Wie man es halt möchte in dem Song. Dasselbe für einen Exciter dann. Das mache ich zum Beispiel ganz oft im Mastering, dass ich dann sage, getrennt, die Frequenzbereiche getrennt, Saturation drauf. Weil ich will im Bassbereich nicht unbedingt dieselbe Saturation haben wie in den Mitten und Höhen. Vielleicht reichen mir da auch zwei Bänder sogar. Das könnte dann so aussehen, Bassbereich bis 150 oder 200 Hertz vielleicht, kriegt es ein eigenes Saturation und der Rest kriegt dann eine etwas stärkere Saturation. Ich habe ja im Saturation-Video gesagt, im Bassbereich muss man da aufpassen, dass man nicht den Druck verliert und dass es nicht ein bisschen zu dünn wird, wenn man zu viel Saturation macht. Ja, und ein drittes Beispiel, wo ich auch gerne im Multiband arbeite, wäre Verbreiterung. Was ich auch ganz oft im Mastering mache, ist den Song noch ein bisschen zu verbreitern. Mit dem Imager vom Ozone und auch da mag ich es am liebsten, das mit drei Bändern zu machen. Dass die Bässe bleiben so, wie sie sind. Die will ich nicht noch breiter haben. Die gefallen mir so, wie ich es gemischt habe. Zumindest wenn ich es selber gemischt habe. Wenn andere Mixe kommen, bei mir zu mastern, kann ich da natürlich auch mal was machen. Vielleicht auch mal enger sogar. Dass man dann eher Mono geht im Bassbereich. Aber in den Mitten und in den Höhen gehe ich dann ganz gerne mal noch ein bisschen breiter. Dass das noch mehr Stereo wird, dass es moderner klingt. Dass noch einfach diese schöne Breite, die wir in aktuellen Produktionen machen. Ja, und auch da ist Multiband viel besser, finde ich. Gerade auf der ganzen Summe, wenn man das macht im Mastering. Aber kann auch auf Einzelsignalen sein. Dass man mal im Bassbereich vielleicht so bleiben möchte oder sogar eher schmaler wird, dass es in der Mitte bleibt. Aber dass man in den Mitten und in den Höhen dann breiter wird. Dann betont man natürlich auch den Anteil vom Signal. Da muss man dann auch aufpassen. Das kann sein, dass das wieder eine leicht andere Mixing-Entscheidung nach sich zieht. Dass man dann, wenn man hier breiter wurde, in den Mitten und in den Höhen, dass man dann das Signal vielleicht wieder einen Tick leiser macht sogar. Was dann wohl auch ein bisschen deutlicher wird, wenn man diese äußeren Anteile betont. Und wenn das Signal eh schon Stereo war. Deshalb geht immer Hand in Hand dann auch mit Lautstärke im Mix. Ja und diese Multibandbearbeitung, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das ein bisschen üben. Das wird schon ziemlich schnell komplex dann, wenn ihr dann mit drei Frequenzbereichen arbeitet. Man kann auch schnell den Überblick verlieren dann, wenn was komisch klingt und warum. Aber das zu üben lohnt sich auf jeden Fall. Weil mit dem Effekt kann man dann einiges erreichen, was man nicht erreichen kann, wenn man immer das ganze Signal auf einmal bearbeitet. Wettbesitzer Wettgesprache Wettbesitzer